so ok hier ist irgendwie so hart willim wann haben wir endlich glas naja ich mache mir zuerst mein blast furnace und dann werde ich an glas arbeiten man könnte auch brot in der ford schmacken ja aber es ist schlechtere qualität ja wenn man etwas in der ford schmackt dann ist das schlechtere qualität also habe ich wusste nicht dass daran gedacht haben haben sie halt wirklich in 1.7 war das nicht so deswegen steht das sogar in den differenz an der differenz list extra dafür irgendwas gemacht hat und mich ich bekomme einfach leben dazu warum ich da bin er hat mir einfach 22 mit flower geschenkt gefühlt 22 zum preis von keinem hat sich voll gelohnt für mich da habe ich einfach zugeschnappt ein falafel ein falafelmönch du schnickelnickel ich würde sagen du bist ein falafelmönch ich brauche mehr barrels ich habe keine barrels ich glaube du bist gemutet ich 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 jetzt kriege ich immer schaden wenn ich da runter gehe hallo ja wir haben dich sehr leise marien wir haben dich sehr leise marien oh kann ich nicht ich ich 2 Stacks an Rosewood, Lumber, das reicht jetzt mal. Blöd ist, dass man auch ein bisschen Slowness kriegt von der Hitze. Echt? Ja. Oder, ja. Wusste ich nicht. Einen anderen Grund sehe ich nicht, wieso ich jetzt Slowness habe gerade. Ah, ich bin aggert. Ja, du hast Hunger. Nein. Wenn, dann, weil mein Dairy null ist. Aber sonst ist Hitze der einzige Grund, wieso. Deswegen habe ich ein Age Cedar Flask. Aha, der gibt mir Speed und mir ist sofort wieder schnell. Mir ist sofort wieder schnell. Ich meine, mir ist schlecht, denn ich habe Nausea wiederbekommen. Irgendwie ist es 50% Chance, ob ich Nausea bekomme oder nicht. Ich habe herausgefunden, dass man mit Barrels auf Wasser Rechtsklick machen kann, damit sie sich instant auffüllen. Ja. Wenn du wusstest es anscheinend nicht. Das spart viel. Ja. Echt? Habt ihr das nicht gewusst? Nein. Wieso kennt jeder seine eigenen Tricks? Naja, das ist eigentlich auch gut. Das ist so realistisch, dass jeder seine Skis und seine Kenntnisse hat. Oh, leck. Okay, mein Experiment läuft jetzt. Welches? Ähm, ich habe Hickory Saplings so naheinander wie möglich angefürzt. Ah, okay. Du musst sowas extra ankündigen. Ja, was? Interessantes Experiment. Ja, meine Kartoffeln sind fertig. Wie viel kann ich daraus machen? Okay. Es ist okay, 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 warte. Das heißt, ich bräuchte 20 Kartoffeln für eine Ladung Wodki. Wodki. Meine kleine Ladung Wodki. 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 Soll ich eine Kartoffel Never Expire machen? Nein, doch nicht. Soll ich eine Kartoffel zu Never Expire machen? Das ist dann die einzige Kartoffel. Deine Notkartoffel. Notkartoffel. Oh mein Gott. Soll ich das machen? Ich habe genau genug Vinegar dafür eigentlich. Ich bin jetzt bei der Kulturen immer noch Master, aber so 55%. Also es geht echt langsam hoch jetzt. Aber okay, meine Hauptladung ist immer noch nicht angekommen. Wenn ich das so sagen kann. Oh. Meine Westen sind schon wieder fertig. Mein Inventar ist einfach voll mit Brot. Weil ich warte eigentlich nur darauf, dass ich meine Sojabohnen fertig gereift habe. Hä, das ist aber ein dummer Duplication Glitch dann eigentlich. Was? Das heißt, man kann aus einem Wasserblock Infinite Water haben. Was? Denn man nimmt mit der Barrel ein Block Wasser raus, kriegt aber 10 Buckets draus. Und dann kann man mit einem Red Steel Bucket diese 10 wieder verteilen. Das heißt, aus einem Water Source Block kannst du Infinite haben. Ja, du kannst auch auf zwei Water Source Blocken. Ja, ich weiß, aber ich meine, du hast halt Infinite auch mit einem. Ja, das ist wurscht. Das ist wurscht. Das interessiert eh niemanden. Doch, das ist interessant. Meine Güte. Deine Güte. Du, 13 Grad hat's bei mir. Das ist erfrischend. Echt. Wie kann es so wenig Grad bei dir haben? Bei mir sind es 25,6. Ich verstehe es auch nicht. Ungleich ist mein Speed Buff wieder aus. Yay. Mein... Ich habe jetzt Aged Vodgi. Was? Das ist unfair. Es gibt einfach eine Resistance. Aha. Und zwar, ich habe einen ganzen Barrel davon. Ein Baum kostet vier Durability. Ja. Und? Ich sag nur, weil das wusste ich nicht. Weißt du, was von euch, wo es Sand gibt? And? Ja, am Strand halt. Ja, wow, danke. Timo, einfach südlich von deinem Haus. Südlich von deinem Haus gibt es Sand, falls du es nicht wusstest. Ich mache mir mal ein Karotten-Sandwich. Karotten-Sandwich? Ja. Was bist du für einer? Ich meine, bei mir hat es 30 Grad. Bei mir sind es 26. Jetzt sind es bei mir 28. Timo, hast du Kartoffeln? Angepflanzt, ja. Nein, aber ich meine, ob du welche hast. Nein. Oh. Ich habe mich mittlerweile gewohnt, nur noch mit Speed herumzugehen. Ja, bald hast du keinen mehr. Naja, eigentlich habe ich für richtig lange Zeder. Willi, was macht Whisky für einen Effekt? Whisky macht, ähm... Warte, ich schau, ich habe nämlich Whisky. Hast. Perfekt, oh, das ist schön. Ich habe Whisky. Timo macht welchen. Ich habe komischerweise keine Grain-Piles, weil sie so laggy sind. Ich store mein Grain einfach in Bootshapes. Wow. Okay, komm zurück, Benni. Was? Komm zurück. Okay, passt. Ähm, das Holz kannst du einfach ich hier so abstellen. Oh, okay. Äh, einfach Rechtsklick, glaube ich. Nicht in dem rein, einfach hier so aufstellen. Du weißt eh, wie das funktioniert, oder? Ja, ich weiß eh. Okay. Doch, mit Weed kannst du Whisky machen. Ja, eben. Aha, okay. Genau. Und mit Old kann man es aber nicht, komischerweise. Shift, Rechtsklick mit derselben Holzart. Machen. Ja, Old kann gar nichts machen. Naja, dann verschwende ich einfach. Ich meine es nicht. Machen. Oh, immer Shift. Äh. Ich brauche es für dich, glaube ich. 600 Millibuckets. Das heißt, ich habe hier eigentlich so quasi die Hälfte. Das heißt, ich könnte 600 Millibuckets. Machen, mach Shift, Rechtsklick. Mach Shift, Rechtsklick. Ja, genau. 6 Buckets. Kann ich das auch? Okay. Ich würde es am liebsten nicht sicher beim Fenster haben. Okay. Danke. Brauchst du Essen? 10.000. Das heißt, ich kann 6.000. Nein, ich habe Essen. Ja, das mache ich mir. Okay. Was? Maren, ich gebe dir an Dehydration. Wie? Ich frage dich, brauchst du Essen? Nein, ich habe Essen. Aber am Wasser denkt er nicht mehr. Ja, ich habe halt nicht geschaut. Wo bist du jetzt schon wieder, du Schlingel? Ja, im Südost. Ich hebe mein Zeug auf. Das ist halt echt nur zu traurig. Oh, jetzt kann ich da nicht die Felsen rauf. Ach, Mann. Nicht rundherum gehen. Was ein Jammer. Ich habe einfach zu viel Brot in meinem Moment. Andere Leute haben normale Probleme. Ich habe Brotplatzprobleme. Das ist so traurig irgendwie. Und ich habe dein ganzes Zeug aufgehoben. Okay. Gerade der eh dir. Nein. Nicht unbedingt. Ist einfach viel zu heiß. Das ist so traurig zu heißen. Außer mein Lohn, den ich von dir irgendwann mal bekomme. Was willst du als Lohn haben? Du kannst deine einige Sachen haben. Du kannst sogar Früchtchen haben. Weil ich habe immer noch Cherries in den Bäumen. Ja, aber das bringt kein Futter. Das bringt nur, ähm, äh, ich meine, ja, Wasser. Hm, Cherries bringen auch Futter. Bei mir hat es nichts Futter dazu vergehen. Ja, Maren, du bist beim Strand südlich von Timo. Wenn du, wenn du jetzt straight north gehst, dann, ja. Ich fahre da halt nicht die Felsen rauf. Achso. Stimmt, da sind ja die Berge. Jetzt muss ich ganz runter hingehen. Weil ich von nichts zu stunden kann. Warte, vielleicht schaffst du... Jetzt kannst du vielleicht. Ja. Mhm. Was willst du als Belohnung so haben? Für das, was du für mich heute bringst? Ähm. Als Belohnung? Also auf jeden Fall Futter. Ja, das kriegst du sowieso, weil ansonsten kannst du ja nicht für mich arbeiten. Und halt Rüstung und so. Ja, Lederrüstung. Was Besseres kann ich dir nicht bieten. Ja, und Werkzeuge. Steinwerkzeuge? Ich meine, ich lebe ja auch... Ich meine, Steinwerkzeuge kann ich selber machen. Aber ich lebe ja immer noch halbwegs in der Steinzeit. Die einzigen zwei Sachen, die nicht in der Steinzeit sind. Meine Eisenachs und meine Stahlspitzsacke. Ansonsten bin ich auch in der Steinzeit. Hallo. Ah, du bist schon wieder da. Zack, 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 zack. Was noch? Dings und Sticks. Glauben. Wie macht man Loom? Loony Loom. Loony Loom. Loony Loom. Was gibt's noch außer Speer, Schaufel, Messer und Axt? Speer, Schild. Ja, aber ich meine, aus Stein. Aus Stein. Hammer. Brauchst du Ciazon? Nein, Cia-Kon brauch ich nicht. Ich spreche alles falsch aus. Wie kannst du verstehen, was Marin sagt? Da spricht alles so falsch aus, dass ich es fast gar nicht verstehen kann mehr. Also Cia-Kon konnte ich nicht verstehen. Dich kann ich auch oft nicht verstehen, Will. Du trainierst mich auf solche. Oh ja, meine Pflanzen sind endlich fertig. Brauchst du noch mal ein Bismutinit? Bismutinit brauch ich nicht. Das ist so ein Erz, das findest du überall. Also dafür brauchst du sowas nicht. Das ist Kupfer. Kupfer. Ja? Ja, Kupfer. Was? Da liegt Kupfer am Boden. Ach so. Okay. Soll ich da eine Marke machen? Ah, du gehst da hin? Ah, okay. Kann ich eine Marke? Ja. Nur pass auf, der Waldort ist ein bisschen gefährlicher als andere Gebiete. Gibt's Go-Cards. Ach komm schon bitte, nein. Ach komm schon bitte, Deutsch. Oh nein. Go-Card. Go-Card. Ich hab dich gewarnt. Ist eh nicht weit. Eh nicht weit, du hast halt kein Pferd. Größter Death-Score. Maren. Ist mir egal. Boah, ich hab mein letztes Stück Lignid gebraucht, um mein Eisen fertig zu machen. Wow. Jetzt muss ich wieder Minen geben. Schande. Okay, ich brauch nur noch drei Iron Sheets und dann werde ich, äh, den, die erste Schicht vom Blast Furnace haben. Erste Schicht? Ja, ich hab zwei. Ich will zwei haben. Bis zwei Blast Furnace haben. Fla-blah. Ich kann nicht mehr mal reden. Zwei Layer. Bis- Wie zwei Layer? Halt, äh, zwei, äh, dass der Blast Furnace zwei hoch ist und nicht eins. Achso, Timo hat's schon maximal gemacht. Ja. Okay. Dann his rap. Ja, meine Sachen. Hab ich abgeteilt. Hast du deine Sachen? Ja, außer die Bohnen. Alles andere hab ich. Ah, da sind die Bohnen. Nein, ich hab die Bohnen. Mein Olivenbaum blühtet. Blühtet? Er blühtet auf jeden Fall. Ich glaube auch. Ja, ist es nicht. Er kriegt Blütenhals. Er blüht. Er blüht. Ah ja, genau. Blühtes ist es. Brauchst du Bauxit? Nein, das ist Aluminium. Oh mein Gott. Nein, mein Pferd stirbt. Mein Pferd stirbt. Komm. Komm auf eine Reisen. Wie kann ich's hochheilen? Gar nicht. Das hat naturelle Regeneration. Ich muss wieder Zitter prinken. Du nicht. Was? Ich hoffe, ich werde nach einer Zeit resistenter zu Alkohol. Willem red nicht mehr. Regeneriert ist nach einer Zeit oder nicht automatisch? Ja, ja, automatisch. Brauchst du Falle Rit? Ja. Das ist Falle Rit, Marlin. Sorry. Ich kann halt nichts wissen. Pass auf, du blödes Pferd. Pferd, wenn du jetzt stirbst, bist du tot. Das weißt du schon, oder? Ich dachte, ich rede schon komisch mit meinen Pflanzen. Aber Timo schafft es auf einem neuen Level. Pferd, wenn du stirbst, dann bist du tot. Das weißt du schon, oder? Pferd, wenn du das weißt, ist es noch nicht ganz genau. Ich bin ja noch nie gestorben, glaube ich. Also ich habe schon Erfahrung damit. Ich auch. Wie viele Devs hast du schon mal in den Statistiken? Ich habe elf Todes. Das ist unter den ganzen Distance Pfeil, blablabla. Jumps. Weiter runter. Number of Deaths. Da steht Noteblocks Play. Was? Nein, nein, nein. Nein, Number of Deaths. Okay, 13. 13. Marlin hat einfach in dieser Session mehr Tod als ich insgesamt. Nimmt du Willem eigentlich immer YouTube-Videos auf? Ja, aber ich schneide deine Stimme raus. Sehr nett. Ja was, willst du sie haben? Ich schneide es raus, weil ich nicht weiß, ob du in YouTube-Videos sein willst oder nicht. Verstehst du? Mir ist es egal. Ich mache mir in meiner Kamera nie an. Ein Bärenbusch. Das ist eine schöne Überraschung. Wintergreen. Boah, ich liebe Bärenbusche. Das ist einfach das Coolste, was es im ganzen Spiel gibt. Ich habe es voll übersehen. Dreimal übersehen habe ich es. Und dann, das vierte Mal habe ich es auch gesehen. Okay, Marlin, ich glaube, du kannst zurückkehren. Bei deinen Deathsickness, ich weiß nicht, wie die aussieht. Die dauert noch 13 Minuten. Ja, dann erkundet bis sieben Minuten oder so und kommt zurück. Weil ich bin ja dann nochmal gestorben. Ich habe jetzt so viel Grain. Bald habe ich Migrain. Bald hast du migriert. Da ist mehr. Ouch, nein. Wimschwein nicht. Gehört sich nicht. Als ob man Farmland unter Wasser machen kann. Was ist das? Ich pflanze bald meine Pflanzen unter Wasser. Wenn das wirklich geht. Zumindest freuen sich die Pflanzen über die Hitze. Und nicht wir. Keiner freut sich über die Hitze. Hier ist ein Dyer. Auch die Pflanzen. Ja, pass auf, der kann dich angreifen. Äh, Bären können dich auch angreifen, Zünfo. Ich weiß. Gut, dass du das weißt. Ich habe schon Erfahrung mit dem. Sorry, Pferd. Du klingst halt so lustig, wenn du Schaden bekommst. Boah, mein Spieler trinkt mittlerweile den C da ganz schnell. Hä, ernsthaft? Kann man sich echt anders gewinnen? Ja, keine Ahnung. Ich habe ihn richtig schnell getrunken. Und habe nur Speed rausbekommen, kein Nausea. Willem, ich glaube, das war ein Lag. Weil ich bezweifle, dass es sowas gibt. Wenn es nicht so ist, dass man sich das Trinken antrinieren kann. Aber ich müsste dann generell weniger Leben haben. Das ist sehr. Timo, deine Stimme laggt schon wieder. Aber ich denke, dafür habe ich im echten Leben Nausea. Ja, das stimmt. Dafür bekommst du manchmal so einfach... Na, aber der Hitze-Effekt ist halt so nervig, dass ich fast... Ich glaube nicht. Ich mag meinen Wein. Warte kurz. Nein, Steve-Need braucht niemand. Ich holte ihn komplett ab. Ich hasse den Wald. Hat niemand von euch Fleisch? So, als Frage. Nein, ich nicht. Ihr seid alle in der Schande. Ja, dann bist du auch eine Schande. Mit alle meine ich Willem und Timo. Okay. Also, ich existiere nicht. Du gehörst nur nicht dazu. Noch nicht. Okay. Du musst dir diesen Rang irgendwie verdienen. Den Rang der Schande. Ich bin noch nicht dabei. Aber wenn du was schaffst... Willems Kaolinite... Kaolinite... Kaolinite-Mine. Markias. Ach so, Willems Kaolinite-Mine? Oder was? Ja, Willems. Das ist meine Mine, Marin. Das ist unsere, Junge. Das weißt du selber. Ich hab mir ein Antivillim-Spezial gemacht. Wollte wissen, was da drin ist. Tomate. Eine Kirsche und Sojabohnen. Eine Kirsche und Sojabohnen. Das ist wirklich böse. Das kann vielleicht niemand essen. Ah ja, jetzt sind meine Blaubeern fertig. Das kann niemand essen. Keine Blaubeern. Äh, wo sind meine restlichen Sachen? Die sind anscheinend schon geschont. Die Spurse-Berries sind einfach die effizientesten. Es gibt... Hughes-Berries? Ja. Tuesday-Berries. Ja. Das ist bekannt. Jetzt musst du sterben. Ich? Ja. Ah ja, da ist ein Koyote. Vielleicht wirst du halt wirklich sterben. Ich dope mich halt die ganze Zeit von Alkohol. Mit Alkohol.